Bist jetzt ne Wildgams oder? Typischen Scherzkeks. Was ist? Das ist ne richtige Gams ist das. Ja ne richtige. Das ist kein Scheinwild. Keine Ziege. Das ist ne richtige Gams. Naja, die kennt Leute. Die weiß, dass sie mir nichts gemacht haben. Genau. Der Traunalpsee, der Lachensee und der Landsberger Hütte und da oben ist die Lachenspitze und da liegt sogar noch in der Rinne etwas Schnee. Sehen Sie die Gams? Ja, okay. Toll. So, da ist die Schochenspitze da oben. Schön. Also, wenn ein Tier so sich stören lässt und frisst, dann gibt es einen Wetterwechsel. Das ist man auch ohne die Gams. Ne, ne. Aber das ist ein Indikator. Die Tiere... Kein Indikator. Ja, die Tiere sind... Das war beim Tsunami auch so, wo die alle dafür wegflogen sind. Ja, die haben das wahrscheinlich schon... Aber die anderen wollten ja noch baden. Tja, guck einmal wie die springt, schön. Diese Huppe, die springt doch nicht. Wo springt sie denn? Du hast gerade das Krag gesprungen. Wie lädst du denn? Ja, du guckst halt dich nah. Ja, das ist noch eine, die springt. Ja. So. Guck. Totholz. Totholz? Mhm. Wann hast du gesprungen? Ja, in den Berg noch. Zum Hirschen oder zur Sonne? Zum Hirschen. Was ist das? Ist das der gelbe Enz hier an? Das ist der gelbe Enz hier an. Was? Das ist der gelbe Enz hier an. Das ist der gelbe Enz hier an, der hohe. Der hohe der? Ja. Ja. Da macht man, aus diesen Wurzeln, macht man den Schnaps. Das ist kein Germer. Der hat andere Blätter. Der Germer ist ja tödlich. Da ist ja die Wurzel so giftig, da sind schon ein ganzer Haufen Leute. Gucken wir mal an, was da passiert ist. Ist da ein Stück Bergsturz in den See rein? Ja. Das sieht gerade so aus. Da wird ja der Weg verlegt. Ja. Nein, das ist bis Strand. Strand? Ja. Nein, das ist bis Strand. Das ist bis Strand. Ja klar, der ist ja nicht voll. Da fehlen da ein paar Meter. Ah, da fehlen bestimmt. Fünf, sechs Meter. Ja, super. Ja. Die Lachenspitze. Das habe ich aber auch gemacht in einer Tagestour. Von meiner Köpfle. Da bin ich von oben weg, bin auf die Lachenspitze, bin da oben rüber und bin auf die Landsberger. Ja. Und wieder runter. Das ist der alte Weg. Das ist der alte Weg. Wir haben sie aufgelassen für die Notalgie-Wanderer. Schön. Ah, der Licht. Plus, das zieht immer mehr zu. Ja. Definitiv.